Claudio Marchisio ist ein italienischer Fußballspieler. Er ist Mittelfeldspieler und steht beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin unter Vertrag. Karriere Claudio Marchisio begann seine Karriere in der Jugendabteilung von Juventus Turin, die er bis zur Primavera durchlief. Und mit der er sowohl das Campignonato Primavera, als auch das prestigeträchtige Torneo di Viareggio gewinnen konnte und dabei herausragender Spieler war. Zur Saison 2005-06 wurde Claudio Marchisio vom damaligen Trainer Fabio Capello zum ersten Mal in die Profimannschaft berufen und absolvierte die gesamte Saisonvorbereitung mit der ersten Mannschaft. Zu einem Einsatz bei den Profis kam es jedoch noch nicht. Für die Saison 2006-07 rückte er dann endgültig in die erste Mannschaft von Juve auf. Sein Trainer Didier Deschamps setzte nach dem Zwangsabstieg aufgrund des Fußballskandals 2005-06 in die Serie B vermehrt auf junge Spieler. Marchisio absolvierte insgesamt 25 Partien und schaffte mit Juventus den direkten Wiederaufstieg. Nachdem im Sommer 2007 einige hochkarätige Mittelfeldspieler wie Thiago und Sergio Bernardo Almiron auf Marchisios Position verpflichtet wurde, entschied sich Juve dazu, ihn an den Serie A rivalen FC Empoli auszuleihen. Dort spielte er regelmäßig und sammelte in 26 Einsätzen Erfahrung in Italiens höchster Spielklasse. Zur Saison 2008-09 kehrte Claudio Marchisio zu Juventus Turin zurück. Am 24. Januar 2009 erzielte er beim 1-0-Heimsieg gegen den AC Florenz sein erstes Tor in der Serie A. In den folgenden Jahren avancierte er zum Leistungsträger bei der Juve und gewann 2011 Zwölftel unter Trainer Antonio Conte seinen ersten italienischen Meistertitel. Marchisio bildete dabei zusammen mit Andrea Pirlo die zentrale Mittelfeldachse und hatte mit neun Toren in 36 Partien maßgeblichen Anteil am ungeschlagenen Scudetto-Gewinn. Am 17. April 2016 zog sich Marchisio beim Ligaspiel zwischen Juventus und der US Palermo einen Riss des vorderen Kreuzbandes im Leinenknie zu und wird rund sechs Monate ausfallen. Damit wird der Mittelfeldspieler nicht nur die restliche Saison, sondern auch die Europameisterschaft 2016 verpassen. Claudio Marchisio absolvierte für die italienische U20-Auswahl am 13. September 2006 gegen die Schweizer U20 sein erstes Junioren-Länderspiel. Seit 2007 ist er in der italienischen U21-Nationalmannschaft aktiv. 2008 gewann der Mittelfeldspieler mit der italienischen U23 das Turnier von Toulon und trat mit der Olympia-Auswahl beim Fußballturnier in Peking an. Wegen einer Muskelverletzung, die er im Spiel gegen Honduras erlitt, waren für Marchisio die Olympischen Spiele allerdings bereits nach der zweiten Partie beendet. Am 12. August 2009 debütierte Claudio Marchisio unter Marcello Lippi beim 0-0 im Freundschaftsspiel gegen die Schweiz in Basel in der italienischen U-Nationalmannschaft. Bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika war Marchisio Stammspieler. Dieses Turnier wurde für den amtierenden Weltmeister jedoch zum Desaster und Italien schied in der Vorrunde aus. Zur Qualifikation Italiens für die Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine steuerte er einen Treffer bei. Bei diesem Turnier war Marchisio ebenfalls Stammspieler. Italien erreichte das Finale und verlor dort gegen Titelverteidiger Spanien. Bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien war Marchisio wieder Stammspieler. Er schoss das 1-0 beim ersten Gruppenspiel gegen England. Italien startete mit einem Sieg, verlor dann jedoch gegen die Außenseiter aus Costa Rica. Im letzten Gruppenspiel musste die Entscheidung zwischen Italien und Uruguay fallen, wobei Italien ein Unentschieden genügte. Marchisio wurde in diesem Spiel in der 59. Minute vom Platz gestellt und Uruguay schoss in der 81. den Siegtreffer. Was für Italien das WM aus nach der Vorrunde bedeutete. Erfolge Nationalmannschaft Vize-Europameister Dritter des Confid-Cups 2013 Verein italienischer Meister Italienischer Pokalsieger Italienischer Supercup-Sieger Italienischer Serie-B-Meister Sieger des Turniers von Toulon Italienischer OkJA Italienischer Pokalsieger Pan patience ihr beiden 요 väres